Willkommen zusammen, wir heißen Kai Hoffmann von SoFinancial, willkommen, zugeschaltet aus Kanada. Servus, grüß dich Dominik, hi. Ja, es war nicht lange Zeit her, dass du hier warst und jetzt bist du wieder hier und du hast uns was Schönes mitgebracht, was Spannendes. Erzähl mal. Ja, genau. Wir veranstalten im November jetzt, es sind schon acht Tage, glaube ich, neun Tage in relativ kurzer Zeit, die Deutsche Goldmesse. Hier leider online. Wir wollten ursprünglich im Mai eine physische Veranstaltung organisieren in Frankfurt. Ist natürlich nicht passiert, haben die dann auf November verschoben. Ist weiterhin nicht möglich. Einfach die Rahmenbedingungen sind nicht gegeben. Jetzt gerade heute Morgen gesehen, dass in Frankfurt der komplette Innenstadtbereich auch komplette Maskenpflicht ist. Und natürlich haben wir viele CEOs oder auch Redner, die aus dem nordamerikanischen Raum kommen und reisen. Ist einfach nicht möglich. Haben wir gesagt, okay, komm, wir organisieren das Ganze online. Wir haben knapp 2000 Dollar Gold. Da sollte doch Interesse bestehen an Unternehmen, aber auch an interessanten Rednern. Und deshalb haben wir das Ganze im Konferenzformat online aufgesetzt. Werden die Zoom-Plattformen dafür nutzen. Ich glaube, da sind die mit den meisten Investoren oder auch, ja, doch Investoren einfach mit vertraut. Und sollten dann ganz guten Zugang zu Rednern und Unternehmen bieten können und auch wichtige Informationen, gerade nach den US-Wahlen. Die Konferenz findet ja am 5. und 6. November statt. Die US-Wahlen sind am 3. November, hat man quasi einen Tag, um da sacken zu lassen, um zu gucken, was die Märkte damit machen. Ja, und für Interessenten, was kostet das denn? Also Teilnahme ist absolut kostenlos. Dadurch, dass es online ist, ist das relativ einfach. Der Zugang, wir machen das auch zu einer deutschen, freundlichen Zeit. Also ich werde leider um 3 Uhr morgens im Büro sein müssen in Vancouver, aber wir starten um 13 Uhr deutscher Zeit. Aufgrund des Zeitunterschieds von neun Stunden ist das natürlich nicht ganz so freundlich für mich, aber das Ziel ist natürlich Deutschland und die Deutsche Goldmesse ist für das deutsche Publikum. Und deutschegoldmesse.online kann man sich kostenlos anmelden und sich registrieren. Wir nennen das mal hier alles ein, die ganzen Daten im Schirm. Ja, das ist, ich sag mal, dann hat keiner eine Ausrede, sich nicht über Gold informieren zu können. Richtig. Also wir haben eine Wahnsinnsauswahl an Rednern. Wir haben den Ronny Stöfele, den Bekannten in Gold with Trust Report jährlich rausbringt, der sich einfach auch makrotechnisch anschaut, was der Goldpreis macht. Die haben den Oktoberfestpreis, Goldindex zum Beispiel, die ich super spannend finde. Aber wir haben auch andere Redner, wie den Volker Hellmeier, den Thorsten Poleit. Allein schon der Stöfele, dann habt ihr die Koryphäe Recruel für alle. Ich blende mal ein, wir haben mal neulich ein Interview mit dir gemacht, wer den noch nicht kennt. Einmal, lohnt sich auf jeden Fall. Dann habt ihr den Poleit von Degussa. Und ganz am Ende habt ihr sogar auch eine Koryphäe Rob McEwan. Ich habe immer Probleme mit dem Nachnamen. Rob McEwan. Oder Ewan. Genau. Ja, also großer Fokus natürlich auf deutschsprachig und auch ganz wichtig. Klar, also die Unternehmen sitzen alle hier größtenteils in Vancouver und Toronto. Die sind englischsprachig, die Präsentationen. Aber wir haben Live-Übersetzung. Das Ganze ist über Zoom super einfach abzubilden. Man kann einfach den Ton wechseln und bekommt eine Live-Übersetzung auf Deutsch ins Ohr. So, dass natürlich der Zugang zu den Firmen oder auch zu den englischsprachigen Rednern, wie einem Rick Rule, wie einem Frank Holmes oder auch Rob McEwan, da natürlich einfacher gemacht wird. Ja. Jetzt hatte ich natürlich eine Frage. Ich habe nachgeschaut, 13.30 mitteleuropäischer Zeit startet ihr mit dem Stöferle. Den würde ich mir natürlich gerne anschauen. Aber ich bin hier im Büro. Kann ich mir das nachher nochmal anschauen, wenn ich angemeldet bin? Oder ist das gut? Natürlich. Also man kann sich online auf der Webseite registrieren. Man bekommt dann Links und Zugang. Die Videos werden im Backend natürlich dann zur Verfügung gestellt. Kann man natürlich auch sehr gut bei der Arbeit nebenbei auf dem zweiten Monitor laufen lassen. Wir machen das natürlich donnerstags, freitags. Ich hätte es lieber am Wochenende fast gemacht, ganz ehrlich. Aber das Feedback insgesamt war donnerstags, freitags, glaube ich, interessanter. Dadurch machen wir das. Aber wir fangen, 13 Uhr ist der Ronny Stöferle. Wir fangen um 12.50 Uhr, werde ich ganz kurz eine Eröffnungsrede halten. Bisschen Intro, bisschen erzählen, was so passiert, wie die ganze Veranstaltung abläuft. Und um 13 Uhr ist dann der Ronny dran, am 5. November. Und damit geht es dann los. Die ganzen hochkarätigen Redner werden unterbrochen durch Präsentationen von Firmen. Finde ich auch richtig spannend. Ich wette, wir hatten uns ja in unserem letzten Interview darüber unterhalten. Tinbagger etc. Auch bitte mal checkt es auch, Leute. Ist auch ein gutes Interview gewesen mit uns beiden. Die Firmen, die du da ausgesucht hast, eingeladen hast. Hast du da eine Vorauswahl getroffen oder konnte da jeder daran teilnehmen? Ist ein sehr guter Punkt. Ich kenne alle Firmen persönlich. Ich wohne jetzt seit knapp zwei Jahren hier in Vancouver. Bin aber auch seit zehn Jahren im Geschäft. Die Unternehmen kennen wir alle persönlich. Wir haben eine Vorauswahl getroffen. Wir haben auch niemanden hinzugenommen, mit dem wir vorher nicht telefoniert hatten und der uns mal präsentiert hat, worum es denn eigentlich geht. Wir haben alles dabei, vom Junior Explorer bis hin zum großen Produzenten. Wir haben eine Endeavor Mining, die eine Million Unzen Gold im Jahr produziert. Die haben eine Market Cap von 6,5 Milliarden in kanadischen Dollar. Also kein Leichtgewicht, die sich dann hier auch vorstellen werden. Also ist alles dabei. Developer, Firmen, die kürzer in Produktion gehen werden. Ich glaube, für jeden ist da was dabei. Kurzweilig, weil die Präsentationen von den Firmen natürlich dann immer von den Rednern unterbrochen werden. Und ganz wichtig, die CEOs werden auch im Chat verfügbar sein. Also wir haben eine Chat-Fraktion natürlich bei Zoom mit dabei. Ich kenne die meisten. Ich erwähne das schon fast gar nicht mehr. Aber die werden dann auch verfügbar sein für Fragen, Präsentationsformat. Die haben ungefähr 15 Minuten Zeit insgesamt, die Firmen. Aber wir planen das Ganze auf 12 plus 3, also 12 Minuten Präsentationen und mindestens 3 Minuten Q&A, also Frage und Antworten. Und hoffen natürlich, dass da einiges an Fragen auch vom Publikum kommt. Weil unser Ziel ist es, die Firmen, den Investoren natürlich deutlich näher zu bringen und anfassbar zu machen. Nee, es ist ein tolles Format, was du dir ausgesucht hast und ausgedacht hast. Also ich bin wirklich riesig gespannt. Und ich sagte es schon mal eingangs, also jetzt hat wirklich keiner eine Ausrede, wenn er sich mit dem Goldthema befassen wollte, mit dem Silberthema, Edelmetallaktien anmelden, kostenfrei, zwei Tage investieren, im Nachgang auch nochmal die Videos anschauen. Ich meine, nach den zwei Tagen, nach dem Programm, was du da aufgeführt hast mit den Experten, hat man bestimmt, ja, Ahnung, vorsichtig ausgedrückt, sage ich mal. Zumindest mal ein besseres Gefühl, genau. Darum geht es, ein Gefühl zu gewinnen, was mag ich, was mag ich nicht. Aber auch für den Gold- und Silberpreis, wie gesagt, wir haben auch Markus Bussler oder Hannes Huster, die im Union-Meining-Bereich sehr, sehr aktiv sind hier in Deutschland, präsentieren. Und da freue ich mich echt extrem drauf, zu hören, was die zu sagen haben. Wie positionieren die sich auch gerade jetzt nach den US-Wahlen? Weil wir haben, der Markt ist ja gerade ein bisschen schwächer, einfach weil er nicht weiß, was passiert am 3. November. Und da schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ja, du aus Kanada und wir hier aus Deutschland, wir sind ja noch Zuschauer. Aber ich denke mal, egal wer gewinnt, ja, der Goldpreis dürfte gestützt sein durch die ganzen Notenbankpressen. Das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Was denkst du da? Also die Frage ist nur, wie schnell Geld gedruckt wird. Wer druckt schneller? Darum geht es am Ende. Und das wird natürlich dann den Gold- und Silberpreis beeinflussen. Man wäre ja fahrlässig, wenn man es nicht ansprechen würde. Auf wen tippst du denn? Wer macht das Rennen? Wir hatten gestern eine lange Diskussion hier im Büro auch. Und ich bin relativ wenig politisch, aber ich glaube, dass Trump doch wieder gewinnt. Er wird überall in den Medien, also ich bin ja auch auf Twitter sehr aktiv, ich beobachte das immer. Ich schaue mir gerne beide Seiten an. Und das ist so linksgesteuert, das Ganze, dass man vielleicht gar nicht hört, was auf der anderen Seite passiert. Also bei den Republikanern. Nicht links, rechts, sondern Demokraten gegen Republikaner. Und ich glaube, dass Trump gewinnt. Aber ich mag natürlich auch komplett falsch liegen. Und persönlich glaube ich, dass Biden sogar besser ist für den Gold- und Silberpreis. Zumindest kurz und mittelfristig. Die Sozialisten drucken immer mehr, das ist richtig. Genau. Ich bin ja gar nicht politisch, ich bin da einfach, ich beobachte das einfach. Und das ist so meine Beobachtung, ohne da jetzt eine politische Wertung reinzugeben. Also ich halte von beiden Kandidaten nicht allzu viel. Nee, du hast, ich habe neulich mal ein Interview mit dir gesehen, du meinst Pest oder Cholera. Ja, darauf läuft es hinaus. Also ich glaube, die Demokraten hätten gar kein Problem zu gewinnen, wenn die einfach einen besseren Kandidaten gefunden hätten. Da hätten die wirklich einen Landslide-Victory hingelegt. Und so wird es da relativ knapp, glaube ich. Also nicht so eindeutig, wie manche forecasten, dass es für Biden wird. Ja, wollen wir noch hoffen, wer auch immer gewinnt, dass die Gegenseite das dann nicht am nächsten Tag anzweifelt. Und wir dann irgendwie einen Monat Radau auf den Straßen haben. Ja, das ist, genau, diese Querelen am Ende, die braucht kein Mensch. Das tut den Märkten auch nicht gut. Und ich schaue eher aus Marktsicht auf das Ganze, statt aus politischer Sicht, weil ich bin in Kanada, in Deutschland. Klar, die USA haben riesen Wirkung auf die Welt. Aber diese Querelen und der mediale Ton gefällt mir gar nicht. Was meinst du, Junior-Mining-Bereich? Gibt es irgendwelche spannenden Entwicklungen, die gerade stattfinden zum Ende des Jahres? Also es gibt einige Firmen, die kurz davor sind, in Produktion zu gehen oder Finanzierungspakete zu schnüren. Also da haben wir auch ein, zwei Firmen mit dabei, die ja kurz davor stehen. Die haben auch schon präsentiert oder mit denen hatte ich auch schon Interviews geführt. Darauf sollte man achten. Fundamental hat sich bei den Firmen gar nichts geändert. Trotz der aktuellen Schwäche im Markt. Also die guten Unternehmen werden sich weiterentwickeln. Viele Firmen haben jetzt Geld, die natürlich in Exploration investieren. Das Einzige, was wir beobachten, ist, wir hören immer mehr Beschwerden darüber, dass die Labors so langsam arbeiten, weil die einfach geflutet werden mit Bohrergebnissen. Und das ist natürlich das Problem. Ich beobachte gerade die Q3-Zahlen. Die Finanzzahlen kommen jetzt auch, dürften jetzt diese Woche und Anfang nächster Woche rauskommen. Gerade was den Free Cashflow angeht, bei knapp 1900 Dollar Gold im Schnitt, sollte doch einiges an Geld hängen geblieben sein in den Kassen der Firmen. Und das dürfte natürlich auch den Ton weiterhin diktieren und vielleicht auch den M&A-Ton diktieren im Markt. Magst du den Zuschauern die zwei Titel verraten, die du gerade angesprochen hast? Also zwei Firmen, die mir jetzt gerade einfallen, ist es einmal Orzone. Da gehe ich davon aus, dass sie dieses Jahr noch das Finanzierungspaket final schnüren, um dann in Q1 den Startschluss für den Bau zu geben. Das ist eine Goldminie in Burkina Faso. Ich bin selbst investiert, also ganz vorsichtig. Und Minera Alamos wird auch in Q1 das erste Gold produzieren in Mexiko. Ich bin auch Aktionär, aber die fallen mir gerade ein, was so Entwicklungen angeht. Die finde ich da ganz spannend, weil diese Wertschöpfungskette natürlich dann massiv gesteigert wird, wenn man in Produktion oder in Bau geht. Ja, spannend. Ja, ich danke, dass du wieder vorbeigeschaut hast und uns diese tollen Nachrichten mitgebracht hast. Ach, CapTrader ist natürlich offizieller Sponsor. Genau. Dürfen wir nicht vergessen. Du nimmst mir die Wörter aus dem Mund, ich wollte das gerade noch erwähnen. Also ich wollte euch danken für den Support. Bis wann kann man sich dann anmelden? Bis wann ist Deadline? Es gibt keine Deadline. Man kann sich sogar während der Veranstaltung noch anmelden. Also das ist eine laufende Anmeldung. Klar, man verpasst die ersten Präsentationen. Und es ist natürlich immer schön zu sehen, wie das Feedback ist, bevor die Veranstaltung losgeht. Aber Anmeldung ist auch währenddessen möglich. Ja, super. Also liebe Zuschauer, keine Ausreden. Anmelden. Daten liegen vor. Runden nochmal in der Beschreibung. Ja, ich danke dir, Kai. Dominik, danke dir vielmals. Ich danke dir, Kai. Ich danke dir. Das ist alles. Ich danke dir. Ich danke dir. Du bist noch einmal in der Beschreibung. Ich danke dir. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020